Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Schaut ihr, was ist hier bei mir los. Wahnsinn. Wir waren gestern im Garten, endlich wieder mal, und es war wirklich schönes Wetter. Könnte viel machen, aber hauptsächlich ernten. Von den Tomaten habe ich wirklich nicht so viel. Deswegen jetzt beim Einkochen muss ich verwenden passierte Tomaten. Das dauert noch, bis ich noch viel Tomaten habe. Die Gurken gehen langsam auch schon zur Neige, aber es ist immer noch viel. Zum Beispiel zum Essen reicht völlig. Ich habe auch schon hier im Haus was weitergegeben von Zucchini, Gurken, Möhren. Da freuen sie sich, was wirklich aus dem Garten bekommen und sagen die immer, oh so eine leckere Gurke habe ich noch nie gegessen. So, dann habe ich noch Bohnen noch geholt. Die grüne und die gelben noch da sind. Dann habe ich auch Birne und Äpfel noch geholt. Aus dem werde ich unbedingt heute noch Saft machen. Zucchini wieder. Das alles noch Zucchini. Und lege noch welche da. Dann habe ich von dem Kraut, habe ich Sellerie geholt schon mir. Petersilie hier auch dazwischen und die. Und das ist das wunderschöne Pflanze Goldrute. Da habe ich auch extra ein paar mitgenommen. Dieses Jahr habe ich das auch im Garten. Und sagt man, die Pflanze, welche um dich drumherum hier zerkommen, besonders wenn du mal deinen Garten hast. Es gibt dir ein Zeichen, dass du diese Kraut brauchst. Die Goldrute. Es ist in meinem Garten jetzt, die sehr richtig viele stehen. Das ist kanadische Sorte. Wenn sie noch geheimische Sorte haben, das ist ein bisschen größere Blütchen. Dann haben die, sagen, haben die sogar noch mehr Werkstoffe als kanadische. Aber die kanadische hat sie sich auch hier sehr, sehr, sehr verbreitet. Sehr oft, da könnt ihr mal die sehen. Und die Goldrute, das ist die Pflanze, erstmal die nur anzugucken, diese Sonnenlicht zu geben. Die gibt wirklich irgendwie eine bessere Laune, gute Laune. Und, naja, so bringt dein Innere in Schwung. Diese richtig Sonnenfarbe. Wie zum Beispiel, heute haben wir wieder Nieselregen. Seit früh, als ich aufgewacht habe, habe ich schon gehört, an dem Fenster klappert es schon. Und jetzt nieselt und nieselt und nieselt. Bin ich froh, dass ich gestern so viel geerntet habe. Und dieser Tag passt mir perfekt, das alles zum Einkochen. Und warum habe ich jetzt mitgebracht? Die kann man richtig so wie die Blüte ernten. Aber für die, welche haben Probleme mit Allergien, besonders so Polenallergie und so, vielleicht wird das ein bisschen problematisch. Weil die hat schon diese so Goldstaubchen. Aber die kann man auch so ernten, kurz vor dem Blüte sozusagen. Weil durch das Trocknen, wird sie auch noch ein bisschen aufgehen und die wird sogar schon dann Staub machen. Deswegen, für die, welche allergische Probleme haben, lieber in so einem Zustand ernten. Schaut, das und das ist jetzt schon aufgegangen. So, das habe ich noch ein paar mitgenommen. Aber dafür können wir auch ein Video machen, weil das gehört zu Heilpflanzen. Und die wird hier Nierenproblem, Blasenproblem, Brustatalleiden haben. Und sogar bei Rheuma und Gicht kann man das in die Tee reinmachen. Einfach pflücken, über den Kopf, solche festbinden, über den Kopf hinlassen. Und irgendwo in den lüftigen Raum einfach das trocken lassen. So, einfach nur ein kleiner Tipp nebenbei. So, dann habe ich auch Möhren ein bisschen rausgezogen. Und dieses Jahr habe ich prächtige Möhren geschaut. Richtig schön. Nicht so viel, letztes Jahr total verkrümmt und so weiter. Ich weiß nicht 100%, aber ich vermute, das war mein vielleicht sogar eigener Fehler. Weil ich habe angesehen, meine Möhren letztes Jahr zusammen mit Radieschen. Ich habe die Samen gemischt und habe gedacht, ich hole Radieschen raus. Und die Möhre bleibt drin und hat dann auch mehr Platz. Und vielleicht war es nicht so ganz gut, die Idee, keine Ahnung. Weil dann, wenn ich die Radieschen rausgezogen habe, vermute, das wurde das Wurzel von den Möhren vielleicht gestört. Und dann hat sie gedacht, ach, ich wachse mal da und da und lasse vielleicht hier noch ein kleiner und hier. Es ist nur meine Vermutung, aber ich bin kein so richtiger Biologe oder gelernter Gerne. So, und ich habe mir diesmal auch mit dem Kraut gebracht. Und diese Kraut, die kann man auch als Tee verwenden. Und diese Kraut kann man auch fermentieren, so wie ich euch zeige, alle Tees zum fermentieren. Ob das ist Löwenzahn zum fermentieren oder ist das Pfefferminze. Einfach im Gefrierschrank legen und einfrieren lassen und dann zerreiben in eine Schüssel. Obendrauf wieder so ein feuchtes Tuch. Und Kraut kann man sogar fast 24 Stunden stehen lassen. Die wird dann richtig dunkel und dann riecht ihr das veränderte Geruch und sogar sehr, sehr angenehmen Geruch. Sehr lecker und ein sehr gesunder Tee. Oder es trocknet man die Blätter und nimmt man das zu Gewürzen. Unsere Gemüsebrühe oder einfach so getrennt, weil die Möhrenkraut, die bleibt so schön grün. So, dass die Möhrenkraut schön grün schwimmt, macht die Suppe zum Auge wirklich schön. Viele machen Pesto auch aus diesem Kraut, auch schmeckt gut. Und überhaupt dieser Geruch von dem Möhrenkraut, sehr schön. Ich mache ein paar so eine Stiebe, gerne beim Anlegen, ob das das Gurken oder Ohnen. Besonders bei Tomaten, wirklich perfekt. Ja, was habe ich da noch? Ja, ich habe das Birnen und Äpfel und dann noch ein Heimer von Birnen und Äpfel. Und heute möchte ich das alles so verarbeiten. Nun die Kümpisse, die gehen in den Keller erstmal. Die können noch ein bisschen warten, muss man nicht sofort die verarbeiten, es gibt es genug. Aber zum Beispiel, ich fahne jetzt heute gleich mit dem Obst und verarbeite es auf den Saft. Und liebe Freunde, heute wollte ich euch keine Rezepte groß zeigen, nur kurze Informationen. Es bringt man uns dem Garten so viele Sachen und will man die verarbeiten. Obst werde ich für Saft machen. Werde einfach mit meinem Entsafter das Saft gewinnen. Nur auf 70 Grad erhitzen, in die Flasche rein machen und einkochen. Und dafür habe ich auch Videos für Birnensaft und Apfelsaft. In einem Fall habe ich sogar das bisschen gekocht. Dann habe ich mich schlauer gemacht, dass es auch nicht so besonders ist zu kochen, sondern nur erhitzen. Und letztes Jahr habe ich es gemacht, gemischte Birnen und Apfelsaft. Es schmeckt wunderbar lecker. Kann man ein bisschen Vanille oder Vanillenzucker dazu geben oder Vanilleschotte. Es ist am besten mitkochen lassen. Sehr künstlicher Saft. Und ich möchte mich nicht wiederholen. Schaut meine Videos. Und ich werde euch unten in der Beschreibung die Links dazu stellen, dass ihr nicht zu lange sucht. Ihr müsst noch in die Beschreibung reinkommen und auf den Link draufklicken. Und dann seid ihr schon beim Video. Bohnen und Zucchini möchte ich auch Eintopfe machen. Gemischte Eintopfe machen und dann Zucchini als Salat auch anlegen, wie ich vor kurzem euch gezeigt habe. Und wie gesagt, mit den Tomaten kann ich noch nicht viel machen. Es ist noch nicht viel reifer. Deswegen werde ich in meinen Eintopfe passierte Tomaten verwenden. Und Mörchenbraut werde ich dann anfrieren und trocknen lassen. Und ein bisschen auch mehr. Für Tee kann man einfach so trocknen lassen, ohne fermentieren. Kann man aber auch fermentieren. Macht ihr einfach beides. Und da könnt ihr es beim Tee machen, sogar vergleichen, welche besser schmeckt euch. Und am nächsten Jahr könnt ihr ein bisschen mehr machen. Mörchen bereite ich mir so. Letztes Jahr habe ich sehr viel angekocht. Das werde ich dieses Jahr nicht machen. Ich werde mir nur ein bisschen anfrieren in unterschiedliche Arten. Ich schneide mir in Wurfeln. Ich reibe mir, für was ich danach später dann brauche. Das Rest geht dann in die Eintopfe mit Mischgemüse. Ich hoffe, ich habe euch alles so kurz gesagt, was ich alles vorhabe. Aber die Kamera werde ich den ganzen Tag laufen lassen. Es wird dann zu lange. Ich werde euch dann einfach fertige Produkte zeigen, was ich heute alles so gemacht habe. So liebe Freunde, bis dann. So liebe Freunde, ich hatte gestern wirklich einen sehr langen Tag. Aber ich habe meine Gemüse alle verarbeitet und nur eine Zucchini noch. Lange Zucchini ist übrig geblieben. Aber da warte ich noch im Garten noch. Habe ich welche. Und dann mache ich noch Senfzucchini. Dann habe ich mein Vorrat mit Zucchini fertig gemacht für dieses Jahr. Was habe ich dann gestern alles so geschafft? Die Bohnen habe ich dir alle aussortiert. Und habe mir zum Beispiel so eingeschweißt in so eine Päckchen. Zum Beispiel sowas habe ich dann so in der gleichen Linie und so gemacht. Werde ich dann im Winter, mal am Wochenende oder wenn ich Besuch habe, so eine Päckchen mit Bauchspeck machen und im Backofen überbacken. Dafür habe ich auch ein Video. Dann zum Beispiel gelbe und grüne. Dann zum Beispiel für Suppe oder Eintopfe und auch die gelbe Salat oder für Eintopfe oder für Suppe. Bei meinem letzten Video mit den Bohnen, Bohnen mit Mier-Nudeln, habe ich so ein paar Kommentare bekommen. Oh nein, Lupe, die gelbe Bohnen, das ist doch nur für Salat. Das kann man doch dir nicht in die Pfanne geben oder was. Aber warum nicht? Wir sind besonders unsere Generation. Manchmal sind so eine Schiene eingefahren und wollen nicht rechts, nicht links. Nichts was anderes. Wir wissen, dass die gelbe Bohnen nur für Salat, die grüne Bohnen nur für das Braten oder Suppe machen oder so. Das war's. Aber mal probieren, nicht. Die gelbe Bohnen, die sind so zart, so weit, die haben keine Fieden. Die sind auch so lecker in Suppe, Eintopfe oder einfach schmoren mit Speck oder was. Probieren Sie mal, mal was anderes. So, die Bohnen mache ich schnell im Gefrierschrank bereit. Das ist zum Einfrieren. Davor ernte, habe ich süß-sauer angelegt und angekocht. Dafür habe ich auch ein sehr altes Video. Vielleicht muss ich dir nächstes Jahr mal neuer machen. Schaut mal rein. Ich werde alle Links unten in die Beschreibung reinstellen. So, mit Bohnen sind wir fertig. Jetzt mein Obst. Äpfel und Birne. Aus denen habe ich den Saft gemacht. Einfach durch meinen Safter durchgemacht. Auch auf den Sieb gemacht, dass nicht zu viel hier festes Fleisch ist drin. Und mit einer Vanilleschote aufgekocht. Ohne Zuckerzusatz, weil unsere Birnen sind wirklich sehr süß. Und deswegen, der Fruchtzucker reicht schon voll. Ich habe den aufgehitzt bis 80 Grad. Und dann bei 80 Grad auch noch 30 Minuten eingekocht. Das, was ich durch den Sieb gemacht habe. Oben auf dem Sieb noch ein Brei entstanden. Und den Brei habe ich mit ein bisschen, aber wirklich ganz bisschen Vanillenzucker eingekocht. Zu Apfelbirnenmus. Habe ich außer dann noch drei Gläschen rausbekommen. Was habe ich noch gemacht, auch für den Ups, dass ich ein Glas Essig auch gleich angesetzt. Obwohl ich habe noch von dem letzten Jahr genug Essig. Aber die Äpfel und ein paar Abschnitte von den Birnen habe ich jetzt reingelegt. Und bin gespannt, was wird es jetzt mit den Apfelbirnen-Essig. Ob das ich das hinbekomme? Mal schauen. Jetzt 30 Tage hier im Zimmer stehen lassen und früh und abends die Fruchte runterdrücken. Schon nur über eine Nacht riecht es so fruchtig. Aber noch nach Wein riecht es nicht. Immer Tuch drauf, kein Deckel. Die Luftzufuhr ist wichtig. Dafür habe ich auch ein Video. Das nächste habe ich einfach die Gemüse klein geschnitten mit meiner Gemüsemaschine und alles verkocht. Dazu habe ich noch 10 Minuten Reis gekocht. Und diesen vorgekochten Reis habe ich dann dazu gegeben zu dem Gemüse. Alles dann wieder noch 10-15 Minuten zusammengekocht, in die Gläser gegeben. Und auch 20 Minuten bei 90 Grad eingekocht. So sieht es aus. Richtig schöner, leckerer Gemüse-Eintopf. Danach braucht man vielleicht Bratwurst dazu machen, Klöps oder Hähnchenbrust. Kann man natürlich auch das mit dem Fleisch machen. Dafür habe ich auch Videos, wie Biersink-Eintopf gemacht oder Geschmortekoll gemacht. Aber so eine Art habe ich das auch gemacht. Und das alles Letzte, da habe ich dann Zucchini, Gurke und Paprikaschoten. Naja, ich habe jetzt nicht so mir Mühe gegeben, die Streifen so schön reinlegen, sondern nur so wie es reinkommt. Aber diese Rezepte sind so lecker, liebe Freunde. Egal wie viele Gläser ich es nicht mache, das ist das Erste, was meine Kinder immer wollen haben. Und es ist am meisten, das Erste ist weg. Zucchini-Salat und das. Danach habe ich auch noch was in mein Dörrgerät auch gemacht. Ich habe Möhrenkraut trocken lassen. Selleriekraut. Hört ihr wie es rauscht? Und etwas bisschen Hidila auch dazwischen. Petersilie. Dann noch Sellerie. Dann ist noch mir ein bisschen von geschälten Knoblauch übrig geblieben. Hier eine Stange von den Frühlingszwiebeln. Wurde auch Eier gleich dazu gelegt und getrocknet. Das alles werde ich dann in meinen Mixer klein machen und zu meiner Gemüsebrühe dazugeben. Und natürlich, wie jedes Jahr, bereite ich mir genug von den Tagetes Blumenblädern. Es kommt in mein Tee, mache Öl oder streue einfach über den Salat. Ist sehr gesund. Dafür habe ich auch ein Video und in meinem Blog ist auch dazu ein bisschen mehr Information über Tagetes. Und alles als Letzte, das ist noch nicht fertig leider, weil in unserer Region wirklich sehr viel Regen. Es ist noch nicht richtig warm. Die Heizung ist noch nicht an und die Sonne fehlt, die Wärme fehlt. Habe ich noch den Möhrengrün fermentieren lassen. Dafür habe ich ein Tuch, jetzt ist eine Papierserviette, nass. Und das ist nicht ausgetrocknet, nur dass ich nicht nachts noch aufstehen muss und bespüren mein Läppchen oder mit dem Fall jetzt ein Tuch. Habe ich einfach in die Beutel reingemacht und dann wird das Feuchtigkeit nicht entweichen. Einfach so, jetzt so drehen, runter und habe ich dann in ein Tuch eingewickelt, dass es das wärmer ist. Ich glaube, das reicht mir auf keinen Fall die 24 Stunden für mein Tee. Es könnte vielleicht sogar sein 48 Stunden. Auf jeden Fall, ihr werdet sehen, der Kraut wird dunkel. Die wird nicht mehr grün, die wird was so braut. Dann ist das schon dann fertig, unser Tee. Dann kann man ihn schon zum Tropfen stehen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, habe ich euch gezeigt, was ich, wenn ich aus dem Garten komme, mit voller Eimer und Kisten, mit meinem Gemüse und Obst aus meinem Garten bringe, was ich also einstelle. Die Rezepte sind alle schon in meiner Playlist und möchte euch nur zeigen, wie schnell es geht. Natürlich, es war ein langer Tag, aber mein Mann hat mir auch mal ein bisschen geholfen beim Schälen, beim Schnippeln, beim Abwaschen. Deswegen ging es nicht so lange. Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß, diese ganze Lickerei nachzumachen, eure Vorratsregale voller machen und so ein bisschen abwechslungsreicher. Nicht so, dass wir haben 50 oder 100 Gläser von einem Produkt, aber wenn mal hat man nur vielleicht 10 Gläser oder sogar nur 5 Gläser von das und das und das, macht mehr Spaß, mal was anderes aufmachen, mal was anderes ausprobieren. Probieren Sie mal. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.